Watt geht ab, ihr geilen Bitches. Schnittchen. Bitches ist auch okay. Willkommen zum Body-Ball-Hit-Switch-Sports. Christian und meine Wichtigkeit gegen Seppiö und Jay. Nice, machen die, Jay. Okay, man muss auch wieder richtig viele Bewegungsgeschichten machen, ja. Dein Team muss fünf Minuten... Aber wie bewegt man sich denn? Ja, wirklich. Aufschlag. Ja, mit dem Stick wahrscheinlich. Ah, okay. Ne, nicht so wirklich. Oh, warte, warte, zu früh? Man bewegt sich gar nicht. Ich hab geblockt. Ich kann nur links und rechts. Boom! Okay, hab ich. Man läuft automatisch. Schön. Ja. Ja, ja, du musst nur die Moves richtig timen. Jay, mach mal rein! Nice! Alter, du hast einfach nichts gemacht! Doch, ich hab doch... Ja? Du hast nichts gemacht! Oh! Sehr gut, Christian. Ich wusste nicht, dass das so lange dauert. Alter, du musst doch einfach nur den Ball clearn. Jetzt muss ich gleich baggern. Timing etwas zu früh. Alter, das ist ja voll lächerlich hier. Und vielleicht zu früh immer noch. Schön. Ja, war ich perfekt. Ja, war ich perfekt. Trickst. Ja. Jetzt Jay. Leicht baggern. Block! Was machst denn du das? Jawohl, Christian! Wir zocken dich voll ab! Nice, Christian! Guck mal, wie gut wir sind! Muss ich denn noch eine Taste drücken, Sepp? Du musst ihn nur bewegen, die Kacke! Nein, musst du nicht. Du musst dich nur bewegen. Ja, das hab ich nur gemacht! Du musst nur das Bewegungszeug machen. Ja, nee! Anschein... Ja, also... Christian! Wir spielen das Spiel hier durch! In einmal! Ja, zack! Nächster Haus! Ja, aber ich kann nur noch so lange lachen, bis ich schmettern muss wahrscheinlich, so wie ich das sehe. Du musst halt einmal vorher hochspringen und dann schlagen. Ja, etwas zu früh. Ja, etwas zu früh. Ah, wieder etwas zu früh. Gleich baggern. Ja, genau, Jay! Nice! Was? Oh, ich block direkt! Christian! Der hat sich gegen den Knie gehauen. Du hast gar nicht geblockt. Wir verlieren komplett. Da hab ich nicht mit gerechnet, dass die den blocken. Easy! Du musst mit allem rechnen. Immer zu früh! Und Block! Oh! Hab ich abgewehrt! Easy Snack! Nice! Und jetzt... Und Block! Geil! Jawoll! Und Angriff! Da kannst du nicht blocken! Okay! Schön! Gleich baggern! Jawoll! Ja! Zu spät, scheiße! Zu spät! Flawless gewonnen, Alter! Also das ist okay! Das kann nicht wahr! Aber der Super-Wall ist auch bei diesem Tokio-Spiel einfach nicht mein Sport! Aber wir machen das jetzt, Jay! Wir kriegen das noch hin! Wir haben da gleich einen Punkt! Die mit den hübschen Nasen! Das war mega gut! Aber ihr drückt ja auch nix, ne? Also immer nur das komische Ding bewegen! Steht das dann unten dran, ne? Wie kann ich denn... Wie kann ich denn rechts und Dings beeinflussen? Mit dem Stick kannst du links und rechts! Mit dem Stick kannst du links und rechts! Ne, mit dem Stick der auf dem rechten ist! Kannst du links und rechts nicht bewegen! Ja ne, wohin ich schlage! Achso, das weiß ich nicht! Ich hab keinen Stick benutzt bisher! Ich hab keinen Stick bisher benutzt! Ich hab noch nicht einmal geschlagen! Ich lass das immer automatisch stehen! Oh! Zweifach! Alter! Was?! Double? Oh, da war ich... Nice! Erster Punkt! Jetzt machen wir 5-0! Hast du dann zu lange gewartet? Ich hab zu lange gewartet zum Schlagen, ja! Ah, okay! Jetzt haben wir auch mal endlich mal zum ersten Mal einen Aufschlag! Etwas zu früh! Etwas zu früh! Ach, du musst zweimal! Ja! Wunderbärchen! Genau, du musst zweimal! Du musst hoch und schlagen! Ja, ja, okay! Ob ihr nie bis dahin gekommen seid? Nein, ich hab noch nie... Das war das erste Mal, dass ich geschlagen habe! Wie scheiße waren wir? Na gut, dann wird das jetzt auch so... Na gut, dann wird das jetzt auch so... Ah, scheiße! Oh, schön, das war das knapp! Oh, schön, das war das knapp! Hab ich! Okay! Oh, was war das denn? Immer hin, immer hin, immer hin! Der an dem Ball ist okay! Gleich zu spielen! Jetzt aufpassen! Der ist halt hoch gespielt! Zu früh! Der ist halt ein richtiges Volleyball-Match, Leute! Ich sag euch dann ab! Oh, was?! Oh! Okay! Yes! Nein! Kann nicht wahr sein, Alter! Was ich nicht jetzt hab... Ich hab dir noch geblattet! Hab ich! Die Pimmelnase! Das hast du auch! Was?! Ja! Alter, wie krass! Das war der krasseste... Uiuiui! Ich hab mir auch den rechten Arm gebrochen, muss ich sagen! Der war nice! Krass! Ja, aber der war auch genau auf der Linie! Der passt ja, aber sah hässlich aus! Hab ich! Ja, okay! Nice! Super geblockt! Ja! Nochmal! Probiert nochmal! Ah ne, da hat er so hoch gespielt! Was war das denn? Hab ich! Nice, Jay! Oh, der war knapp! Und was?! Okay, war schwierig zu nehmen! Ja, ja! Schön! Ah, der verkackt! Den haben wir! Scheiße! Weil da ist wirklich ein Volleyball-Match draus! Das ist eigentlich ganz nice! Warte! Ja, was der macht! Jetzt hier, Christian! Hab ich! Nice! Oh, der war gut! Jetzt hat er richtig Pfeffer! Nein! Nein, schade! Aber die kannst du halt auch nicht blocken! Ja! 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 Geblockt, Junge! Ja! Ja, gut geblockt! Scheiße! Egal, egal, egal! Alles gut! He-Fans-Wins-Championships! Hab ich mal gehört! Du bist jetzt warm gespielt hier! Hab ich schon beim Football so? Nein! Ja! Lol! Ich hab... Okay, whatever! Gleich geschlagen habt! Oh, den hab... Hab ich den nicht geblockt? Hast du, Sepp? Doch, aber je nachdem wie gut einer timet! Ah, okay! Oh, was! Hast du, Sepp? Hab ich! Machste! Hä? Nice! Sehr gut! Ähm... Erster Matchball abgewählt! Ich hab damit gerechnet, dass ich baggern muss! Ich hab... Ich hab nicht den Schlag gemacht! Fuck! Das nehm ich... Das war meine Schuld! Was ist zu früh? Alter, ich hab das voll spät gemacht! Schlagen! Oh shit! Ich bin viel zu hoch! Einfach zu früh? Viel zu früh gesprungen! Alter! Hab ich! Jo! Let's go! Was kann das noch haben? Ja! Nice! Christian blockt sogar! Komm! Wir müssen jetzt nur einen pumpen! Geil! Machen wir, Christian! Ja, ja! Richtiges Team! Mila wär stolz auf uns! Ja! Der ist jetzt gut! Ah, leider nicht! Das ist immer getrickst! Ah, der war ein Tick zu früh! Der war schön! Oh, dat war knapp! Schön! Ah, auch gut geblockt! Oh, der war schön! Da kommt der Multiplicator, Junge! Ja, fach! Der Multiplicator! Das Ding war so krass, Alter! So schnell konnte ich den gar nicht reagieren! So schnell konnte ich den gar nicht reagieren! So schnell konnte ich den gar nicht reagieren! Was? Das kann nicht wahr! Wieso habt ihr denn nach links jetzt geschlagen, ihr Schlingel? Das hab ich auch gerade gefragt! Hm! Ich hab ihn nach links geschlagen! Ja, ja! Ja, hab ich! Ich hab ihn nach links geschlagen! Mit dem Stick! Dann hau ich ihn beim Mikro weg! Das darf ich gar nicht! Oh mein Gott, war das knapp! Oh, Christian, du machst das einfach! Nein! Nein! Der war gut von denen! Wichtig! Wichtig! Ah, leider gut! Die Lücke wir sehen und durchgehauen! Zack! Rein da! In die Allwehr! Hab ich voll gechillt? Oh nein! Ja! Ich dachte, du musst baggern! Und dann... Festspeise! Oh, kein Problem passiert! Alles gut! Wichtige Punkte! Voll gechillt! Komm! Komm, Sepp! Bams! Oh, schön! Blocken! 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 Ja! Ja! Krass! Da war ich nicht schnell genug! Der war so schnell wieder unten! Tut mir leid! Oh, das war ein geiles Spiel! Das war ein geiles Spiel! Geil! 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 Hoch! Und... Ja, kleinen Aufschlag für euch! Ein kleines Verlängerten! Was denkst du? Ah, warst zu früh! Ja, ja! Der ist noch! Oh! Jetzt bin ich heftig! Oh! Der ist aber so, so drin! Oh! Zu spät! Das war so geil! Oh! Oh ja! Du kannst die Dreier- oder Vierer-Kombo... Kannst du dich mehr richtig blocken! Einfach zu krass! Kannst du auch nicht mehr! Einfach zu krass! Das war zu früh! Okay! Ja, schön! Oh! Oh! Richtig gut geblockt! Oh ja! Oh! 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 Warum gehst du denn nach draußen? Der wär doch draußen gewesen! Ne, 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 ne! Vloggerührung! Den hab ich A, den A, okay! Aber erst mal meckern, weißt du es doch! Nein, nein, ich hab's vercheckt! Erst mecker! Krass, das heißt, ich hab den geblockt und trotzdem... Nice! Wir machen das einfach! Wo ist der mein Charakter gerade? In grün? Krün? Krün? Der ist einfach da drin gefallen! Der war never drin, alter! Doch! Ne, hab ich nicht gesehen! Oh! Oh! Fuck my life! Oh! Jay! Haben wir! Haben wir ihn mit dem Dreier abgewehrt! Was ist das denn jetzt? Bam! Gold! Sehr schön! Fuck my life! Nice, Sepp! Schön! Machen wir! Ach, scheiße! Zu früh! Was?! Ja! Sehr gute Netze! Da kam ich nicht mehr dran! Scheiße! Ich stehe auf Netze! Ja, ja, ja! Ah, scheiße! Wieso denn immer zu früh?! Schön hab ich jetzt! Oh, der war auch zu früh! Ja! Nein! Blocken! 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 Bin ich zu gut wie in meinem Trigger! Ich glaub, wenn so einer kommt, muss man einfach hoch machen! Weißt du? So hochaktiv! Ja, ja! Okay, das ist schöner! Block, Block! Scheiße! Ich hab dich versaut! Oh! Scheiße! Der Block hat wieder funktioniert! Das war drin! Nein, nein, nein! Ich hab verkackt! Ja! Sehr schön! Anschluss! Ich hab mich gefreut und bin zu früh gesprungen! Ja, meiner auch! Ja, ja, ich hab mich ge... Also, ich hab mich bewegt! Ich hab mich bewegt! Ich hab mich bewegt! Scheiße! Let's go! Okay, irgendwie Aufschlag mussten wir nochmal üben! Oh! Fuck! Das reicht! Das war einfach so ein easy Ding von Jay! Ja gut! Lass uns natürlich auch mal sitzen! Dabei steht jetzt zwei einzelne Führung! Yeah! Yes! So nicht! Ja! Yeah! Oh! Fuck! Ist das nice! Und heiß! Du bist nur flusspacken, Alter! Ich komm hier richtig in Bewegung! Echt! Ich sitze hier und bewegt meine rechte Hand! Ja genau! Wie den ganzen hier am Updance! Wie so ein geiles... Geiles Übergewichtiger im Kellerkling gerade! Einmal gesitzen und... Ich hab meine linke Hand in der Tasche! Ey, ich muss gleich... Ja, ich hab auch die linke Hand in meiner... Du meinst an deinen Balls! Ja! Weil's so geil ist! Ich weiß nicht, wo du deine Balls hast, aber es ist in Ordnung! Ja, hinter meiner Tasche! Ab darüber! Hinter deiner Tasche? Ja, also wenn ich die Hände in der Tasche hab, dann... Komm, Seth! Konzentrieren! Nice! Oh Gott! Das war mein linkes Ei! Oh! Das... Ich küsste dein linkes Ei! Hahaha! Also dann wird's echt widerlich! Aber wir gewinnen! Das reicht! What? Oh! Oh! Hab ich verkackt, Jay? Haben wir, haben wir, haben wir! Schön! Für jedes haben wir einen Euro! Oh, shit! Da kam ich nicht dran! Alter, den hat der genau in die Ecke getroffen! Der war ja in Schaschspiellinie! Sehr schön! Zack, na Junge! Challenge! Wann muss man? Spät oder früh? Das verstehe ich noch nicht bei dem Aufschlagen! Ah, zu früh! Ah, das war zu früh geschlagen! Ach du Scheiße! Er blockst das App! Mega Crap! Haben wir! Das war ein guter Schlag von denen! Aber von Jay auch! Block ich wieder! Scheiße! Hab ich? Ja doch, hast du geblockt! Der wurde langsamer! Ja, aber nicht gut genug! Oh! Netzroller! Oh! Lecko Mio! Was ist denn das jetzt gerade? Was? Ja! Oh, Christian! Aber die Hand Gottes! Da kam ich nicht mehr dran! Scheiße! Ja, nicht schlimm! Meiner ist irgendwie nicht... Also ich war zu spät mit dem Springen! Weiß ich immer noch... Blocken ist nice! Blocken kann ich gut! Ja, ich nicht! Und zu spiel! Zu spiel kann ich auch! Oh! Hab ich! Ja! Haben wir! Den block ich wieder! Ja, jetzt! Richtig gut, Jay! Die dürfen nochmal! Oh Gott! Nochmal gegen das Mikro! Oh, jetzt! Den haben wir! Boom! Ja! Scheiße! Oh Gott! Ich bin zu früh! Nice! Nice! Schade! Aber der ist einmal durchgekommen! Einfach gestolpert auf der Banane ausgerutscht! Ah! Zu früh! Wann muss ich denn hochspringen, Jay? Sag ich! Das kann ich dir doch jetzt nicht erst... Ne? Aber die können doch auch! Oh! Hab ich Quatsch gemacht! Ah! Krieg's den! Ja! Nimm mal! Oh! Haben wir, haben wir! Der ist schön! Scheiße! Der war stark! Der war stark! Der war stark! Christian kann auch gut blocken! Wow, ey! Dammit! Geil, ey! Der Bart macht's! Du hast doch auch einen! Ja! 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 Wo der ist schön! Ja! Der rasierte macht's! Der rasierte macht's! Der rasierte macht's! Locken! Komm! Jawoll! Ja! Ja! Zu früh! Ich hab's zu früh gehauen! Das war dumm! Jetzt hätte man... Die Blocken gehabt! Nice! Geblockt! Die Blockierliste wächst! Ja! Alter, du bist einfach so... Breit! Oh ja, ich bin so breit, Junge! Puiuiuiui! Blockier ich wieder! Oh, ey, das war knapp! Okay, der geht auf jeden Fall immer durch! Den machst du! Boom! Oh, schade! Lida hat er gefangen, Alter! Oh, ich hab'n berührt! Hab' ich! Jetzt! Schön! Ja! Oh, scheiße! Sie haben den auch gekriegt! Jetzt aber! Komm, Chris! Boah! Er bricht die drei durch, ey! Lecko mio! Boah, der hat mir die Finger gebrochen, so schnell war der! Alter! Geil, Alter! Wie bei Deemslayer! Wo ist die ekel Krüppelfinger da? Oh ja! Oh, das war so ekelhaft! Komm, Sepp! Der war... Der war zu schnell! Komm! Metzball! 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 Der war so gut! Der steht auch immer richtig, dass ich den danach nicht kriegen kann! Der Bart macht das! Der scheiß Bart, ey! Komm, Sepp! Dreier! Ja! Ja! Da bricht du dem auch die Finger! Richtig gute Vorlage! Komm jetzt! Wieder Metzball! Wir können das nicht nochmal abwehren! Du machst das! Wir können das nicht nochmal abwehren! Wir können das nicht nochmal abwehren! Ich believe! Nur einmal richtig gut abwehren! Machen wir! Oh, war das schwer! Stark, Sepp! Komm! Komm! Jetzt! Das ist das Ding! Da hab ich nicht falsch gestern gelaufen! Ah! Yes! Das habt ihr gemacht! Ja, GG! Das war... Also, das Spielprinzip ist halt zu sehr simpel! Das war lustig, als ich dachte! Das stimmt! Schon cool! Bis dann! Und tschüss! Ciao! Yes!